Ah, einen wunderschönen guten Tag zusammen auf diesem wunderbaren Kanal. Wir reagieren mal wieder auf Species Twitch Clips, Folgen Nummer 54 mit dem Titel Ich glaube, ich überlebe hier unten. Komischer Clown Smiley, ich hasse Clowns, Nerd Smiley mit so einer Brille. Wir gehen da mal rein und gucken, was uns erwartet. Los geht's! Und jetzt fürs Klassenfoto. Kapuzenwurm. Wunderschön. Nicht ihr Ernst, wo hast du dieses Footage her? Ich hab mal richtig lange nach so einem Footage gesucht wo so ein Buch aufgeht und dann Sachen gezeigt werden. Hab ich nicht gefunden. Richtig stark. Auch das Foto einfach wunderbar. Einfach wunderbar. Du weißt schon, was kommt? Ich hab keine Ahnung, was kommt. Was will der Mann hinter mir? Na, so, da sind wir doch. Kenn ich nicht. Sensei Ami. Authentisch. Authentisch. Kann man das nochmal haben? Das ist ja eins zu eins das gleiche. Wie viel muss ich denn zurückspulen hier? Ich feier's. Ich lieb's. Super. Ist das nicht TZFG? Nee. Schwabbel Town. Oh Gott. Wie konnte ich TZFG mit Schwabbel Town verwechseln? Nur weil's wieder Schweine sind. Wie ein Otter. Krass. Na? Klang so ein bisschen wie ein Otter. Sorry. Also, you... Oh, you want me to leave? Oh, I see. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Sorry, I'm sorry. No, it's okay. I didn't really feel like playing anyway. I hope you guys have lots of fun. Okay, okay. Okay. Oh, das klingt traurig. Er darf nicht mitspielen. Take care. Oh. Oh. Oh, Schwabbel. Oh. How sad. Ich hab nur Scheißclips. Den hat sie genommen. Wenn überhaupt. Die Selbstwahrnehmung ist meist trügerisch. Paradox, dass es genau diese Bescheidenheit ist. Die deine Community liebt. Lass dir nichts einreden. Du bist toll. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das ist aber lieb von ihr. Der Clip von dir geht wohl auf meine Kappe. Hast du den eingeschickt? Du Frechdachs. Stimmt, ich hab ja gar nichts eingeschickt diese Woche. Hier ist das meine Therapeute. Was? Ach Gott. Nee, zwei Stecher reichen mir nicht. Moment, zwei Stecher reichen ja nicht. Ey, Stecker. Mann, du blöd, Mann. Kachinga. Was ist schwerer? Ein Kilo Federn oder ein Kilo Steine? Oh mein Gott, ja. Scheiße, und was war die Lösung? Wir wissen's. Oh, das wollte ich eigentlich nur ein bisschen vorspuren. Was? Wie kann man diesen Clip bitte noch mehr aufwerten? Spezia, ja. Steine? Ich feier den Dude aber auch einfach, ne? Ich schütte mir grad was ins Gefällt. Das ist geil, ich schwöre auch so. Aber ich bin so doof, Alter. Ja, dazu hab ich ja schon mal was gesagt, als wir den Clip das erste Mal gesehen haben. Ich glaub, jeder ist irgendwann mal in irgendeinem Alter irgendwann mal drauf reingefallen. Und, äh, ja. Das von Nini J finde ich ein bisschen besser. Was passiert hier schon wieder? Ihr müsst aufhören, das ist die Straße. Ihr könnt nicht bei der Strafe weitermachen. Das passiert uns, meine Herz. Alter, lass durch die Nacht. Spiel aus Liebe mit uns morgen. Alter, lass, kündig frei. Und spiel aus Liebe mit uns morgen. Puh, stark. Dass hier nicht heißer wird. Und ohne Probleme direkt wieder in diese Tonlage. Easy. Easy gemacht. Puh, das ist krass. Ich hab ja gestern im Stream, ich weiß nicht, ob, ähm, vielleicht so drei bis vier Menschen von euch haben das vielleicht mitgekriegt gestern. Geil. Milchbaum. Oh, oh. Warum spielt sie das so oft? Fantastisch. Ach, wait, hier ist Mauki. Warte mal, Milchbaum? Wer spielt jetzt was? Sie kommentiert Milchbaum, wie sie spielt. Okay. Ich glaube, ich weiß, welcher Clip das wird. Okay, 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 okay. Hör auf zu flexen jetzt. Was hab ich für Kräfte entwickelt? Meine Kräfte. Ich hab die auch zu flexen und mach hier irgendwelche Tricks. Glaubst du nicht? Ist Sonja irgendwie krass in dem Spiel oder so? Dass sie so flexen kann? So, das ist mein letzter Keks. Das ist mal schön ein guter Keks. Ja, dann genieß ihn, bevor du gleich wieder runterfällst. Ich meine, dann natürlich ganz nach oben kommst. Aber was soll, was? Das war was Positives, ne? Das war was Positives, ne? Ich mag dieses Ritual. Sie wusste nicht, dass sie opfert. Sie wusste nicht, dass sie opfert. Das ist natürlich sad. Aber lass uns doch zusammen schöne Lieder singen. Und jetzt alle. Le, 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 lelele, lelelelelelelelebra. Ups, da kam Land mit. Stark. Da wurde ich auch von Gerda geopfert. Oha. Weil sie, weil sie nicht wusste. Gerda. Herrlich. Gerda. Alter. aber wie hat er denn furz da reinbekommen in die in die texte speech oder war das jetzt zufall das bild an zombie army 4 die spiele gibt kenne ich nicht maxi wieder mit super brain arbeiten sieht aus wie ein richtiges tilt game wieder super brain super brain newcomer der woche reichtum macht den ruhm reichtum macht und rum ja das ist nur ganz am anfang also da gerade 20 subs eck ist broken egal ganz am anfang und dann musste sie dann immer für die jeweiligen goals die dinger spielen richtig gemein ja es ist sie ärgert sich schon sehr süß auch bei den anderen spielen bemerkenswert viel geduld mitgebracht und immer immer sehr süß geärgert ja das war so ich kann gar nicht ein bisschen gucken das war in ihrem ihre nicht sabbaton aber jubiläumswoche hat sie dann weil sie halt auch vollzeit arbeitet dann gesagt okay jeden abend diese woche streame ich und mache dann kleinigkeiten erinnert mich an strese bei jumpking ja da habe ich zwei stunden durchgezogen die gar nicht zwei stunden durch fucking tik tok wieder zehn millionen sachen passiert weißt du ich glaube ich überlebe ich hier unten oder kann das sein auch sagt mit ich überlebe was ach das ist ich kann nicht verstanden was das geht was passiert jetzt 3d drucker warum sehen wir den 3d drucker dinge geschehen hallo rein da ja du musst rein da nein mann da hinten also ich will im ziel liebe stream ich auch na sherry du musst durch das offene tor sherry das zu das ist ja hervorragend ich kann nicht deuten ob weiblich oder männlich na nie was um was geht es bei kursilla oder was versteht eigentlich irgendjemand was da eigentlich wirklich gesagt wird die sagen doch nicht wirklich siegasek a oder so ich frage für einen freund ich glaube stärke stärke ist ganz gut wenn man wenn man stark sein stimmt sagt ja eltenring gespielt möchte oder könnte von mir kommt könnte von mir kommen der spruch nochmal stärke ist ich glaube stärke stärke ist ganz gut wenn man wenn man stark sein möchte oder was ich meinte was miss cherry ich habe irgendwas übersehen so ich bin danach jetzt wieder weg wünsche euch allen einen schönen abend und noch einen schönen stream und später eine gute nacht fällt nicht aus dem bett alles klar eigentlich ein fall du auch nicht aus dem bett danke dir dass du dabei warst und und wahrscheinlich zu lesen mal wieder ich wanne really 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 wanna sieger sick a ja was ist sieger sick a niemand weiß das crowd die niemand weiß es habe ich irgendwo cherry überlesen ich scrolle gerade den chat hoch und sie einfach nichts gut die donnie dankeschön ein anonymer gifter dass du skiband skat 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 man dankeschön dass du skiband sab geschenkt fantastisch warte mal da werden wir gerade dabei sind das habe ich letztens am samstag am samstag am samstag am samstag auf dem dach gemacht vielleicht mal da hat sich wieder zeug angesammelt und dann habe ich mit dem hochdruckreiniger die ähm dachpfannen gesäubert warte fragt franny ach miss cherry war das mit vollgeist schräse ich bin so verwirrt weil wir haben jetzt eine eigene cherry die viel cooler ist als miss cherry und ach ach tschuldigung er malt nicht wirklich einen pensier da rein das sind die kleinsten klöten der welt ich bin noch ein künstler ich bin noch ein künstler gede sie 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 ja ich bin sie 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 Das hätte ich euch gerne nicht gezeigt, es ist ein bisschen cringe gewesen, aber es hat mir trotzdem gefallen. Wie gesagt, geht zum Originalvideo, lasst ein Like da und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann. Ciao.